Hallöchen, liebe Zuschauer und liebe Freunde meines Kanals, hihihi! Äh, ich begrüße euch jetzt hier heute zu einer neuen Folge von Hell Yeah! Der Zorn des toten Karnickels oder Wrath of the Dead Rabbit. Aha! So, wir könnten jetzt das Spiel fortsetzen drücken. Ist mir mal grad zu langweilig. Wir gehen erstmal kurz auf die Insel. Möh. Ja, Eiland. Ne, ihr erinnert euch, hier werden Schuften unsere... Hallo Gebieter! Was ist euren letzten Besuch etwa in der Mecke passiert? Wir haben euch vermisst. Oh, das ist aber schön, dass ihr mich vermisst habt. Da kriege ich mich ja fast gar nicht mehr ein vor lauter Freude. So. Da seht doch mal die Zonne mit dem Ausrufezeichen an. Die bedürfen eurer Aufmerksamkeit. Das wartende Geschenke oder kranke Monster. Na, ist ja nett. So. So, hopp. Gehen wir mal rein da. Abgefahren. Ein neues Geschenk. Ruft den Postboten. Der bringt es euch ins Hauptspiel vorbei. Um den Postboten zu rufen, drückt E. 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 Ich drücke. E, E, E. Achso. Ja. E. Ash wurde ein Geschenk geschickt. Yay. Voll dafür. So. So. Und jetzt? Nehmen wir mal da hin. Hopp. So. Hier dürften neue Monster angekommen sein. Denke ich mal. Aber ins Labor können wir immer noch niemanden stecken. Und auch in den Hafen noch nicht. Da machen wir erstmal noch ein bisschen Geld. Und noch ein bisschen Essen. Und hopp. So. 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 Und wieder aus. Gucken. Geht's in allem, dann sehen wir uns da gut. So. Wo hatten wir denn jemanden? Hier und... Hier, ne? Mine. Zack. Arbeiten die alle noch anständig? Ah, sieht gut aus. Was machen wir hier um? Wo willst du hin? Freundchen? Willst du dich vor der Arbeit drücken? Wenn du dich vor der Arbeit drücken willst, ne? Dann gibt's Ärger. Wo ist denn du da? Oh. Okay, der bedient dieses komische Teil hier. Ist ja... Ist ja spannend. Doch. Lass mal wieder raus hier. So. Hier oben auch noch alle Monster happy? Happy! Naja, ob die happy sind, weiß man nicht. Aber... Die sind alle noch fertig am Arbeiten. Einmal durchgemixt. Ich hätt's gern gerührt, nicht geschüttelt. So. Und wieder raus. So, dann gehen wir nochmal wieder zurück. Und spielen. Aber jetzt kann ich bestimmt erstmal auf den Startbildschirm, ne? Ja. Ach, der sagt das so schön. So. Spiel fortsetzen. Sag mal, alles was glitzert und dann ab zum Shop vielleicht findest du sogar etwas Hilfreiches. Ja, ist ja toll. Oh, ich hab dir ein Geschenk bekommen. Und eine Errungenschaft freigeschaltet. Bin jetzt Inselmeister. Was hab ich denn da? Du hast eine 30 HP aufgefüllt. Yeah. So. Wir sind jetzt hier, glaub ich, in... Genau. Zone 3. Gehen wir hoch? Gehen wir runter? Ich glaub, von da oben sind wir gekommen, ne? Oh, warte ich mal erstmal hier lang. Ramm! Ramm! Juhu! Yimmi! Ja! Yay! Ah! Wann bin ich, Imba? Ich spring hier von Satz zu Satz oder so. Ah! Ja, oder ich spring auch mal runter. Das war jetzt natürlich total geplant. Ramm! Ramm! Juhu! Rutsch, Lader, Schlotz! Sir! 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 Ja? Ihr müsst die Säge hier lassen. Am besten ohne einen Aufstand zu machen. Keine Waffen in diesem Bereich. Das habt ihr selbst so bestimmt. Weißt du, warum? Wieso? Was? Komm ich in die Tüte? Leider muss ich darauf bestehen. Ich werde sie inzwischen verbessern. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das ist ja großartig. Ich will auch mein Zeug nicht hier lassen. Hallo! Finde ich jetzt irgendwie uncool. Ah ja, wenn ich hier durchgehe, dann habe ich wieder meine Säge. Säg, säg. Na gut. Dann trennen wir uns mal von unseren schicken Sachen. So, und jetzt sind wir bloß noch ein kleiner süßer Hase. Ach, bin ich niedlich. Was mache ich jetzt mit dem da oben? Weil ich keine Säge habe? Du schon wieder? Wie machst du das? Weh, du verbietest mir noch mehr. Würde ich nicht wagen. Ich zeige euch, wie man an den Wänden springt. Cool. Voll dafür. Lass mich raten. Ein Doppelsprung nahe in der Wand und zack, ich hüpfe wie ein Flummi. Ein Doppelsprung, ja, Sir, nahe in der Wand. Aber ihr müsst die Taste gedrückt halten. Es ist unerlässlich. Die Sprung-Taste. Gedrückt zu halten? Alles klar. Ich bin ja schließlich nicht blöd. Jetzt setzen wir nochmal. Ui, 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 ui. Hier geht es ja richtig ab. Bounce, 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 bounce. Ah, da ist noch einer. Bounce, 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 bounce. Boah, das ist cool. Ui, 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 ui. Das macht ja richtig Spaß. Oh, oh. Wenn die hier so eingeblendet werden, heißt das wahrscheinlich nichts. Au, gutes. Au, au. Mann. Du zzzz-Ratte. Hallo. Oh, ein Döner. Das wäre es jetzt. Wie bitte? Wachen, der Eindringel ist hier. Schnitter zur Rettung. Los geht's. Was? Du schmeckst dich ja besser, als du aussiehst. Das finden wir gleich heraus. Wie? Wie kannst du es wagen? Meine königlichen Flammenwerfer beschützen mich vor solchen Rüppeln wie dir. Aber ich bin doch hier der, äh... Oh, die sind mir ja gar nicht aufgefallen. Diese dilatantischen Monster sagen einem auch noch, wie man sie besiegt. Heißen Dank. Ah, ja. Das heißt wahrscheinlich, ich muss irgendwie die Flammenwerfer auf sie... Einmal Döner mit Schaf. Ja, bitte. Voll dafür. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir die, ähm... Die, äh... Flammen auf sie lenken. Oder wie, oder was? Sehe ich das jetzt richtig? Ich hoffe, ich sehe das richtig. Hepp, hepp. Hoppala. Hepp, hepp, hepp. Wo ist denn das komische Schaf? Ach, da oben. Ah, muss da hoch. Hui. Hui. Ei, 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 ei. Ah, ja. Ich sehe schon. Au. Ah, nein. Ha, ha. Verdammt. Merkel nicht in die Flammen hüpfen. Verdammt. Na gut. Probieren wir es nochmal. Doch, nicht auf das Schaf an das Schaf hüpfen. In das Schaf. Wie auch immer. Hallo. Flammenwerfer, ich bin hier. Hier, ja. Ja, geht doch. Und nochmal. Oh, das wird jetzt aber eine Weile dauern hier. Ja, oder auch nicht. Wenn ich zuerst sterbe. Kann ja mal gucken. Komm ich hier irgendwie zurück auf meine Insel? Äh... Nee. Hm, hm. Verdammt. Vielleicht mit I? Wie Insel? Ja. Nee. Ich will nochmal auf meine Insel. Mal gucken, ob die... Ah. Ah. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ah, verdammt. Äh, so. Na gut. Probieren wir es einfach so nochmal. Ich will jetzt vielleicht mal kurz auf meine Insel zukommen, um mir gegebenenfalls vielleicht ein klein bisschen Leben abzuholen. falls sie was für mich gehabt hätten, falls sie was für mich gehabt hätten, aber sieht gerade wohl schlecht aus. Und dann ist was, ouchen, 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 ouchen. Ah, nein. Nicht mich brutzieren, nein. Jaii. Juhu. Ah, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Die fliegen übrigens kleine lustige Seelen durch die Gegend. Das finde ich sehr lustig. So, hopp. Ich bin doch hier der Prinz. Wie kommt denn das Schaf dazu, irgendwie König sein zu wollen? Finde ich jetzt irgendwie sehr strange. Ich bin doch hier der derbe Herrscher. Jawohl. Ich bin mal mitten in das Schäfchen rein. Uiui, das wäre jetzt fast schief gegangen. Und jetzt darf uns hier auch echt gar nichts mehr treffen. Ansonsten sehen wir echt ein bisschen alt aus. Hopp, hopp. Hipp, hipp. Hipp, hipp. Ja komm, macht's alle das Schaf. Ach Mann. War gleich. Komm, komm, komm. Och, Mann. Hepp. Jetzt aber. Äh, äh, äh. Ui. Ja. Roasted. Hab ich dich. Ah, so. Ein neues Monster auf unsere Insel. Äh, feiner Deutsch. So. Es bleibt uns bloß noch wirklich zu hoffen, dass wir hier demnächst eine Dusche finden. Oder irgendwie was, äh, weil ansonsten sehe ich, glaube ich, bald ziemlich alt aus. Wow. Bounce, bounce, bounce. Bouncy, 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 bouncy. Schräg unter mir ist das nächste Monster. Höh, ach du K-ha-hacke. Was ist denn jetzt? Was war das denn? Warum bin ich denn jetzt hier? Hä? Den check ihn nicht. Na, wie ist es aber das Schaf schon besiegt? So. Wenn wir da durchspringen, dann sterben wir instant. Weiß zwar noch nicht warum, aber ich muss mich auch nicht genauer herausfinden. Es ist schlimm genug zu wissen, dass es so ist. Na, ha, ha. Und nochmal. Bouncy, 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 bouncy. So. Jetzt ist schon wieder unter mir das Monster. So, irgendwo hier. Noch weiter runter, noch weiter runter, noch weiter runter. Geht doch gar nicht. Oh mein Gott, hier riech, hier riech. Na, hier geht es auch nicht wirklich weiter. Der eine oder andere könnte jetzt sagen, guck doch mal auf die Karte. Das wäre auch eine ausgesprochen clevere Idee. Ich habe irgendwie Angst, dass mich die Geister hier vielleicht nicht sehen dürfen oder sowas. Hep, 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 hep. Aber die haben mich bestimmt schon längst gesehen. Also wenn sie mich nicht hätten sehen dürfen, dann wäre bestimmt schon irgendwas präsentiert. Passiert. So. Let's have a look on the Karte. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt einfach mal hier. Aha! Da, 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 da! Warum? Woran? Wieso? Weshalb? Vielleicht dürfte man nicht so lange auf einer Stelle stehen bleiben? Ne, sie sind ja gerade eben mitten im Fallen gekillt worden. Dürften mich vielleicht doch nicht sehen? Ach so, ich glaube jetzt weiß ich es. Ich probiere es jetzt mal aus. Ah ja, genau. Ich darf von diesem lustigen Licht nicht getroffen werden. Okay. Ich muss einem ja auch mal einer sagen, ne? So. Boah, jetzt bin ich voll im Bilde, weiß mega Bescheid und guck mal, dass ich von den blöden Dingern Dingsis, Bumsis hier nicht getroffen werde. Upsi. Iiii, was ist das denn? Uiui, der ist heiß auf mich. Aber so richtig. Das könnte unschön werden. Es sei denn, wir treffen hier noch eine Miss Flood. Juhu! Mensch, was habe ich dich vermisst? War's so schön. Für mich wäre gleich viel frischer. Ne, hast du da schön Dusche? So, aber wie sehe ich dich jetzt? Ach so, ich sehe schon. Äh, 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 äh. Ah! Puh, falscher Ton. Hä? Aber das Ding hat es offensichtlich trotzdem gesplasht. Klassischer Fall von Kiro Schwein gehabt. Einfach mal die Leute blindlings vor die Wand laufen lassen. Autsch! Ah! Aber selber nicht blindlings in die Wand reinspringen. Das ist eine ganz doofe Idee. Ah! So, haben wir ihn jetzt schon tot? Ja, haben wir. Gut. Wo geht's dann jetzt hier weiter? Tell me! Please! Tell me! Haha, nicht nochmal, Kumpel. Haha. So, ah ja, hinter dir geht's weiter. Gut. Ui, ein Laden. Gucken, ob es hier was Interessantes gibt. Genades nachladen. Ich glaube, wir haben noch genug, oder? Blutschub plus 100. Wir haben, glaube ich, gerade... Höh! Da hatte ich genug Geld für irgendwas vernünftiges. Äh, ja. Ui, cool. Kriegen wir nachher noch coole Waffen. Aber der ist noch gesperrt. Oh, das wird mit Sicherheit lustig. Ui, ui, ui. Ah, da kriegen wir noch richtig coole Sachen hier. Aha. Aber, ah ja, hier können wir zahlen, um... ... äh, zurückzubekommen. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ja, gut. Dann, äh, würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal raus. So, und wie mach ich dich jetzt platt? Du könntest meinen, indem ich was auf den Kopf werfe. Ah ja. Ah! Ah ja. Ich glaube, ich ahne. So, hopp. Ui. Hopp. So. Und jetzt? Gleich. Gleich, gleich. Jetzt.